Noch was. Den Text, den machen wir jetzt doch auf die Melodie von Ein Loch ist im Eimer. Aber wir hatten uns doch schon auf Sweet Dark Angel geeinigt. Ich hab die Nummer jetzt voll drauf. Ja, dieses Sweet Dark Dingens, das kennt ja kein Mensch. Wir wollen doch alle mitsingen. Ja, also, weißt Bescheid, ein Loch ist... Entschuldigung, wir haben heute eine kleine betriebsinternen Feier. Und die alte, da ist die Hüpfgruppe, oder was?